Eine neue Windel von Little for Big muss in diesem Video zeigen, wie viel sie im Alltag wirklich aushält. Es ist die Vintage Baby, die schon in einer recht umfangreich bedruckten Packung ankommt. Andere nutzen meist komplett transparente Folien als Packung und kleben nur einen Zettel mit dem Name und den anderen Infos zur Windel auf. Hier ist die Packung ein Stück weit selbst ein Motiv. Das erinnert ein wenig an die Lil Soaker von Kiddo. Die Lil Soaker ging mit der Feuerwerferpackung aber noch weiter, als es Little for Big hier tut. Die Windel fühlt sich sehr weich an. Sie hat außen eine Folie, die aber spürbar weicher ist, wie bei einigen anderen Windeln. Was nicht heißen soll, dass andere unangenehm sind, es wirkt halt besonders weich, wie der Unterschied zu einer normalen Decke und einer Flauschdecke. Beide sind bequem, aber der Unterschied ist spürbar. Über die komplette Fläche ist sie mit bunten Motiven bedruckt. Innen haben wir die für ABDL-Windeln mittlerweile üblichen höheren Seitenbündchen, damit nichts herausläuft und noch Platz für eine Sauganlage übrig bleibt. Die Seiten stechen besonders hervor, weil sie sich vom Muster im mittleren Bereich mit einem dicken rosa Strich abheben und zudem in mehreren, gestreiften Türkisfarbtönen gefüllt sind. Das fällt auf und gefällt mir optisch gut. Auch wenn ich persönlich nicht der größte Fan von rosa bin, ist es eine gelungene bunte Farbkombination, in die es hineinpasst. Darüber lässt sich natürlich streiten. Fakt ist, beim äußeren Design hat sich Little for Big Mühe gegeben und auch die Farben sind kräftig sichtbar, deutlich über Pampers Niveau. Das Anlegen klappt mühelos. Überraschenderweise fühlt sich die Windel gar nicht so dick an, wie sie auf dem Video vielleicht aussieht. Größe und Passform sind gut, man fühlt sich eingepackt, nur eben nicht so sehr, wie bei einer Kritter-Kabuz, weil die Little for Big dünner ist. Das anfängliche Zögern beim Benutzen war wenig begründet, sie hält eine volle Ladung Urin meistens ohne Probleme aus, wenn sie eng anlegt. Doch enttäuschend finde ich, wie viel oder besser gesagt, wie wenig sie aushält, mein Rekord beim Testen einer ganzen Packung war nicht mal 1,5 Kilogramm. Und hier war die Windel bereits sehr durchnässt. Beim Hinsetzen sind nicht nur ein oder zwei Tropfen ausgelaufen, sondern deutlich mehr. Bei einzelnen Tests hat sie schon bei weniger als 1,4 Kilo angefangen, leicht auszulaufen, sodass sich Nässe zwischen den Beinen und Windel bildet. Das Endergebnis sind trotzdem die rund 1,5 Kilogramm, weil die Hose beim anderen Ergebnis noch trocken war. Sie war dabei kurz vor dem Auslaufen, nochmal einnässen wäre im Alltag nicht möglich gewesen, weil dann die Hose wie beim 1,5 Kilo Testnass geworden wäre, und zwar richtig. Preislich kostet eine Zehnerpackung 1 und 30,78 Euro, also rund 3,18 Euro für eine einzelne Windel, Versandkosten nicht mit eingerechnet. Ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass es einige Windeln für unter 3 Euro pro Stück gibt. Wer diese Grenze überschreitet, der muss das meiner Meinung nach auch durch hervorragende Leistung rechtfertigen können. An der Qualität der Aufdrucke gibt es nichts zu kritisieren, die ist tadellos, wie man sie bei günstigeren Windeln zwischen 2,30 Euro und 3 Euro pro Stück nahezu überall findet. Das Material ist ebenfalls sehr angenehm. Da es so weich ist, passt sich die Windel super an den Körper an. Schließt man zum Beispiel die Beine, ist die Windel vergleichsweise wenig spürbar. Das Endergebnis sind trotzdem die rund 1,5 Kilogramm, weil die Hose beim anderen Ergebnis noch trocken war. Sie war dabei kurz vor dem Auslaufen, nochmal einnässen wäre im Alltag nicht möglich gewesen, weil dann die Hose wie beim 1,5 Kilo Testnass geworden wäre, und zwar richtig. Preislich kostet eine Zehnerpackung 1 und 30,78 Euro, also rund 3,18 Euro für eine einzelne Windel, Versandkosten nicht mit eingerechnet. Ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass es einige Windeln für unter 3 Euro pro Stück gibt. Wer diese Grenze überschreitet, der muss das meiner Meinung nach auch durch hervorragende Leistung rechtfertigen können. An der Qualität der Aufdrucke gibt es nicht zu kritisieren, die ist tadellos, wie man sie bei günstigeren Windeln zwischen 2,30 Euro und 3 Euro pro Stück nahezu überall findet. Das Material ist ebenfalls sehr angenehm. Da es so weich ist, passt sich die Windel super an den Körper an. Schließt man zum Beispiel die Beine, ist die Windel vergleichsweise wenig spürbar. Aber dafür ist die Saugleistung unterdurchschnittlich schlecht. Und das ist kein Einzelfall, wer meinen Kanal abonniert hat, der kennt sicherlich die anderen Videos meiner Little for Big Tests. Die meisten davon haben nicht allzu viel besser abgeschnitten. Nur die unbedruckte, weiße war eine positive Überraschung, da sie sich angenehm anfühlt, eine gute Passform aufweist und bei der Saugleistung viel aushält. Bei den bunt bedruckten Little for Big habe ich mittlerweile die Vermutung, dass es sich jedes Mal um die gleiche Windel handelt, die nur mit anderen Motiven bedruckt wird. Ähnlich wie es Krinkels beispielsweise auch macht, dort unterscheiden sich die meisten nur durch die Aufdrucke. Die einzige Ausnahme ist dort, dass es die klassische Krinkels noch in der kleinsten Größe es gibt, die anderen erst ab M. Ansonsten sind sie identisch und haben auch die gleiche Saugleistung. Auch wenn die Little for Big bequem ist und schön bedruckt wurde, kann ich sie daher leider nicht weiterempfehlen. Für so eine geringe Saugleistung finde ich 3,18 Euro viel zu viel. Mit gutem Willen wären 2 Euro angemessen, weil man ab etwa 2,30 Euro schon ABDL-Windeln mit deutlich mehr Saugleistung bekommt. Dazu kommt, dass es die Little for Big leider nicht bei Daipa Minister gibt. Nur in einem anderen Shop, der keine versandkostenfreie Bestellung anbietet. Dort zahlt man sogar gestaffelt nach Gewicht umso mehr Versand, je mehr man bestellt. Der einzige Grund, diese Windel zu kaufen, ist, dass man die Motive sehr mag und Geld keine Rolle spielt. Ansonsten empfehle ich eine der zahlreichen Alternativen, die weniger kosten und im Praxistest dazu besser abgeschnitten haben, weil sie eine höhere Saugleistung bieten. An der Seite findest du weitere Windeln, die ich schon in der Praxis ausprobiert habe. Wie gefällt dir diese Windel? Hast du schon Erfahrungen mit Little for Big gemacht? Schreibe es gerne in die Kommentare oder in die WhatsApp-Gruppe, wenn du dort Mitglied bist. Ich hoffe, ihr bleibt alle trocken und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wer keines verpassen möchte, kann gerne meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Schreibe es gerne in die Kommentare.